Das Stadtgespräch wird Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis. Guten Abend liebe Zuschauer zum Stadtgespräch aus dem Skala in Ludwigsburg. In unserer heutigen Sendung zu Gast ist Karl Strenger. Vielen von Ihnen bekannt als geschäftsführender Gesellschafter der Strenger bauen und wohnen und vielleicht auch als Inhaber des Weingut des Strenger. Guten Abend Karl Strenger. Guten Abend lieber Frank. Karl, man kennt dich als Immobilienunternehmer hier in der Region. Wurde dir das Unternehmergehen von elterlicher Seite mitgegeben oder haben deine Eltern etwas ganz anderes gemacht? Ja, ich stamme ursprünglich aus einer bäuerlichen Familie in Bleidelsheim. Unsere ganzen Vorfahren, die man zurückverfolgen kann bis zum 16. Jahrhundert, die waren alle Landwirte und Gastronomen. Wir hatten bis 1945 den Hirsch in Bleidelsheim. Und es gab einmal eine Ausnahme, 1753 gab es den Kasper Melchior Strenger. Der war so eine Art Hofmarschall am Hof in Italien, beim Herzog von Miranda. Aber sonst war es durchgängig eine bäuerliche Familie. Und das hat natürlich auch meine Kindheit geprägt. Ich bin mit der Landwirtschaft aufgewachsen und kenne somit auch die Sonnenseiten und die Schattenseiten. Die Strenger-Unternehmensgruppe beinhaltet zahlreiche Facetten rund um das Thema Bauen und Wohnen. Vielleicht um auf ein Thema hier zu sprechen zu kommen. In Zeiten, in denen gerade in Ballungsräumen der Raum in den Städten ja knapp wird, ist gerade das Thema bezahlbarer Wohnraum immer ganz oben in der Diskussion. Das ist eine interessante Frage, weil sich natürlich mit diesem Thema viele Leute im Moment beschäftigen. Da stellt sich zuerst mal die Frage natürlich, was ist bezahlbarer Wohnraum? Es gibt eine Bandbreite, einmal den sozial geförderten Wohnbau. Dort würde ich sagen, im Kreis Ludwigsburg liegt da irgendwo bei einer Marktmiete pro Quadratmeter von 6 bis 7 Euro. Und dann gibt es die normale Marktmiete. Die würde im Moment in der guten Lage in Ludwigsburg bei 11 bis 12 Euro liegen, der Quadratmeter Wohnfläche. Und bezahlbarer Wohnraum, beispielsweise für eine Lehrerin oder für einen mittleren Angestellten, der könnte dann bei 7, 8 Euro liegen. Also das ist eine Bandbreite, wo man einfach fragen muss, was ist bezahlbarer Wohnraum? Und letztendlich der Auslöser ist natürlich, dass sowohl Bund als auch Land und Kommunen versäumt haben, bezahlbaren Wohnraum die letzten Jahre zu fördern. Und jetzt brauchen wir einfach für dieses Thema gemeinsame Lösungen. Da gehört auch die private Wohnungswirtschaft dazu, wo wir auch bereit sind, Lösungen zu bringen, zusammen mit Kommunen, beispielsweise mit der Stadt Ludwigsburg hinter dem Dialog. Aber das ist ein Thema, das wir sicher relativ schnell angehen müssen. Wohin entwickelt sich deiner Meinung nach der Preis? Geht das immer noch weiter hoch? Ist das eine Blase, die unendlich oder wird das irgendwann platzen und es geht auch nochmal nach unten? Das ist auch eine interessante Frage. Ich habe natürlich auch ähnlich wie du keine Glaskugel. Aber man muss vielleicht auch unterscheiden. Das Orakel von Ludwigsburg. Bitte? Das Orakel von Ludwigsburg. Das Orakel von Ludwigsburg, das wäre gut, ja. Wir müssen einfach unterscheiden. Der Immobilienmarkt ist ein lokaler Markt in Deutschland. Der ist auch nicht immer ausgeglichen. Und eigentlich sprechen wir, wenn wir von Preisanstieg sprechen, sprechen wir von den sechs großen Ballungsräumen in Deutschland. Das fängt oben an in Hamburg, geht dann runter. Nächster Ballungsraum Köln-Düsseldorf, Berlin, Frankfurt und dann Stuttgart und München. Und dort hatten wir seit Lehman-Krise, oder Lehman Brothers, hatten wir Preisteigerung in München beispielsweise von rund 90 Prozent im Neubau. In Ludwigsburg liegen wir zwischen 45 und 55 Prozent. Wenn wir aber aufs flache Land gehen, jetzt bleiben wir mal einfach im Kreis Ludwigsburg. Wir würden nach Bräferst gehen, jetzt ohne Wertung oder selbst Groß-Bottwahr-Oberstenfeld. Dort hatten wir fast keine Preissteigerungen. Das heißt, alle wollen eigentlich ganz konkret in den Ballungsraum. Auch selbst das Flüchtlingsthema, auch die Flüchtlinge wollen nicht aus flachen Land, die wollen in den Ballungsraum. Und insofern glauben wir, dass wir noch Preissteigerungen bekommen, etwas moderater im Ballungsraum. Dass aber die ländlichen Gebiete das Problem haben, sogar mit Preisverfall. Viele Leute ziehen dort weg. Es werden Schulen geschlossen, Kindergärten, Infrastruktur. Sodass man das eigentlich letztendlich auf den Ballungsraum konzentrieren muss. Und wir sind jetzt aber auf dem Zenit, wo man einfach auch merkt, dass Luxuswohnen, wie beispielsweise in Stuttgart, jetzt ein Punkt angelangt ist, wo auch eine gewisse Nachfrage gesättigt ist. Also es gibt in Stuttgart eigentlich mehr, ich sage es mal provokant, mehr leerstehende Penthäuser wie Sozialwohnungen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Neben diesem Kerngeschäft, das was du beruflich machst, gibt es aber noch eine weitere interessante Facette. Du betreibst mit deiner Familie seit Anfang der 2000er Jahre auch Weinbau. Ist das deiner Vergangenheit, deiner familiären Vergangenheit geschuldet, dass du hier... Das ist sicher ein Teil geschuldet, denke ich. Aber ich habe schon als jugendlicher Mensch auch immer gern Wein probiert, Wein gekostet, bin eigentlich ein Wein-Sahn. Und dann kommt man ja mit fortschreibendem Alter, kommt man irgendwann wieder back to the roots und überlegt, was macht denn auch Spaß. Und so kam die Idee mit dem Wein gut. Und wir haben dann zuerst mal in Italien geschaut, in der Toskana. Da gibt es ja auch tolle Weine. Dort können wir auch was Tolles verwirklichen. Und sind dann aber zum Entschluss gekommen, so 2000 meine Frau und ich. Württemberg hat Potenzial. Vor 10, 15 Jahren waren die Württemberger Weine noch nicht ganz so weit wie heute. Also der Ansatz war richtig. Da haben wir gesagt, okay, wenn wir es machen, ein kleines Weingut amateurhaft nebenher, dann machen wir es hier in der Gegend. Und dann hat sich eine tolle Möglichkeit aufgetan um die Burg Lichtenberg. Das ist ein oberster Feld, also bei Beilstein. Dort konnten wir dann vier Hektar Weinberge kaufen und haben die dann, die Pflanzen, die alten Stöcke rausgerissen, weil es einfach Sorten waren, die schwierig waren. Und haben dann neu gepflanzt und hatten dann 2005 den ersten Wein. Und ich mache das zusammen im Ausbau mit Gerd Aldinger in Fellbach. Gerd Aldinger gehört sicher zu den renommiertesten Winzern und Wengerder in Deutschland. Und ist eine ganz gute Symbiose. Wir verstehen uns gut, wir sind befreundet und machen da einfach inzwischen, glaube ich, so auch für mich als Amateur einen ganz ordentlichen, guten Wein. Was ist deiner Ansicht nach verantwortlich dafür, dass der Württemberger Wein, aber auch der deutsche Wein ja an sich immer besser wird? Auch Rotweine beispielsweise im Vergleich zu den Franzosen, die Italienern und den Spanien? Das ist auch eine gute Frage. Also wenn man weit ausholt, muss man sagen, der Klimawandel begünstigt natürlich mehr nördliche Lagen im Gegensatz zu Süditalien oder Griechenland. Da hat Baden-Württemberg profitiert. Wir haben einfach höhere Reifegrade heute. Man kann tolle Cabernets machen. Man experimentiert im Moment selbst mit Nebbiolo. Das heißt, der Wein wird reifer. Man kann ihn länger hängen lassen. Und dann liegt es aber auch daran, dass einfach eine tolle Generation einen jungen Winzer nachgekommen ist, die das ernst nehmen, die internationale Ausbildungen haben, die in Australien waren, in Südafrika, in der Neuen Welt, die Ideen mitgebracht haben, gesagt haben, das können wir auch in Württemberg. Wir müssen unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und diese Generation, die macht das, glaube ich, ganz gut. Und da haben wir ganz gute Ergebnisse im Moment in Baden-Württemberg. Liebe Zuschauer, bleiben Sie dran. Wir sind nach einer kurzen Pause wieder für Sie zurück. Wir sind nach einer kurzen Pause. Wir sind nach einer kurzen Pause. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Stadtgespräch wurde Ihnen präsentiert von Ihren Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim. Jetzt Kunde werden und Heimvorteil sichern. Und der Kreissparkasse Ludwigsburg. Gut für den Landkreis.